Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Der goldene Weg Wer kennt es schon? Was ist es überhaupt? Wenn wir geboren sind, bekommen wir für unseren Schicksalsweg einen Bauplan. Und das ist der königliche Weg oder der goldene Weg. Ich habe eine Frage an Sie. Kennen Sie diesen Weg? Gehen Sie diesen Weg? Nur die wenigsten Menschen folgen diesem königlichen Weg. Und nur die wenigsten kennen auch diesen Bauplan. Es muss auch nicht sein, weil unsere Seele erinnert sich an diese Anweisung, kennt diesen Bauplan. Und das ist unsere innere Stimme. Aber folgen wir immer unserem inneren Stimme oder wir machen Umwege. Aber es ist möglich, das Leben zu verändern, diese Umwege verlassen und wieder zurück auf diesen goldenen Weg. Es ist nicht mal so schwierig. Schwierig ist erst dann, wenn wir stehen bleiben, weil wir Angst haben, uns bewegen im Leben oder etwas verändern in unserem Leben. Ganz schlimm ist auch, wenn wir in einer Sackkasse befinden, weil da haben wir keinen Ausweg mehr. Und das aufklären, zeigen, diesen Weg zu zeigen und auch die richtigen Augenblicke zu beschreiben, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln. Dabei kann ich Ihnen helfen. Und wenn da Hindernisse sind oder Blockaden sind oder Ängste mit vier Schritten, kann ich auch helfen, diese Blockade auflösen. Wichtig ist, dass wir zurückkehren auf den goldenen Weg. Weil dann sind wir glücklich, zufrieden und machen wir unseren richtigen Lebensweg. Und das ist auch eine Art Befreiung. Soll ich Ihnen dabei helfen? Gerne. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn das schnell gehen sollte oder haben eine kurze Frage, bin ich telefonisch erreichbar in meinem Hotline. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Okay. Okay. Niin. Untertitelung des ZDF, 2020